Leute, das ich da habe, das sieht auf dem Foto schon aus. Das ist ja gut. Scheiße, das ist schon wie auch ein Foto gesagt. Heute, heute ist es soweit. Heute wollen Sie ein feierliches Versprechen abgeben. Sie wollen erklären, dass Sie in Ihrer Partnerschaft wachsen, leben und miteinander alt werden wollen. Sie werden heute im Familien- und Freundeskreis Ja zueinander sagen. Wenn man bedenkt, ist Ja eigentlich ein ganz kurzes Wort und sagt doch so viel. Ja, kürzer geht es eigentlich fast gar nicht mehr und doch soll es Bestand für immer haben. Mit diesem Ja sagen Sie, liebe Braut und Silberbräutigam, Ja, du gehörst zu mir und meinem Leben und ich möchte auch an deinem Leben teilhaben. Ja, du bist der Mann, du bist die Frau, für die ich da sein will. Ja, ich will mit dir die Aufs und Abs des Lebens leben. Ja, ich vertraue dir. Ja, ich liebe dich. Also, das ist ein Moment. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020